Eine wachsende Bevölkerung erfordert mehr Gebäude, um alle unterzubringen. Bis 2030 werden weitere 3 Milliarden Menschen Wohnraum benötigen. Das Problem ist, dass viele der verwendeten Baumaterialien einfach nicht gut für die Erde sind. Hier kommt das Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern ins Spiel. Holz ist aufgrund von Innovationen eine moderne, starke und erneuerbare Alternative. Mit Holz können wir schneller und mit einem leichteren Fußabdruck bauen. Und Häuser schaffen, die nicht die Erde zerstören. Sitzen Sie auf nachhaltiges Holz für Mensch und Umwelt.